Ich möchte jetzt zeigen, wie man eine Titelseite einfügen kann. Hier habe ich ein Dokument. Und überlegen wir zum Beispiel, dass dieser Bereich hier oben, das ganz geeignet wäre für eine Titelseite und der restliche Teil aber auch nicht so passend ist. Ich mache jetzt deshalb hier einen Seitenumbruch, also einen Einfügenmanuellen Umbruch, hier Seitenumbruch. Der Text ist schon auf der anderen Seite verschwunden. Ich könnte mir jetzt hier noch die Grafik zum Beispiel nehmen. Ich füge sie hier drüben ein. Die Grafik dann wieder auf diese Seite gebracht. Die kann ich hier so belassen. Aber jetzt muss ich natürlich noch OpenOffice sagen, dass ich diese Seite hier im Gegensatz zu dieser Seite als Titelseite haben möchte. Das mache ich wieder mit einer Formatvorlage. Ich suche mir dann hier durch, wo es Seitenvorlagen gibt. Ich wähle mir hier Seitenvorlage. Und schaue dann hier, wo ich einen entsprechenden Eintrag dann habe. Und der entsprechende Eintrag wäre dann hier erste Seite. Erste Seite steht für Titelseite. Mache hier einen Doppelklick. Und habe dann hier an dieser Seite erste Seite zugelassen. Wenn ich jetzt hierher klicke, habe ich hier Standard. Das wäre ein normaler Text. Und somit habe ich dann hier eine Titelseite dargestellt. Dankeschön.